Hallo? 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 Ah, hallo. Bin ich dort richtig bei der Hotline? Du bist richtig bei Brunos Wahrsage-Hotline, richtig. Was willst du? Ja, ich habe eine Frau kennengelernt, die heißt Klara und ich finde die nett und ich habe mich ein paar Mal schon mit der getroffen. Die hat ein paar Kinder, ist auch gerade schwanger und ja, ich wollte fragen, ob das was werden kann. Hast du Braten in die Rohre geschoben von Klara? Ich nicht, nein. Und dann willst du sie flachlegen? Irgendjahr, schon. Okay, okay. Du musst flachlegen jetzt. Ja, was sagen denn, was weiß ich, die Sterne, der Feinstaub oder keine Ahnung, die Magnetspulen, keine Ahnung, wie sie das jetzt ermitteln. Ich mache das per Intuition. Also, pass auf. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 5. 5, okay. Und jetzt noch eine Zahl zwischen 3 und 17. 8. Aha. Was ist das zusammen? Ah, für 5 und 13. Aha, aha, aha. So, und jetzt? Lieblingsauto? Ähm, Ferrari Testa Rossa. Nicht von dir, von Klara. Äh, Fiat Panda. Mit dem Gesicht, das du hast, wird's schwierig. Dann musst du noch was machen mit dem Gesicht. Du musst werden männlicher, weißt du. Ansonsten, Zahlen sagen, gute Chancen, wenn du dich bemühst. Aber, sie sagen auch, es ist nicht ganz ungefährlich, weil, ähm, es gibt Konkurrenz. Was? Es gibt Konkurrenz. Und du musst mit deinem Gesicht was machen. Du musst werden männlicher. Okay. Und so? Und mit dem Gesicht kommst du in die Disco nicht rein. Hä? So? Kommst du nicht rein, so. So kommst du nie an bei ihr. Okay. Gut. Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Mach hin, dass Zeit läuft. Äh, äh, äh. Schnell! Äh, 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 ich hab's vergessen. Ja, dann rutsch uns nochmal an. Ja. Schatz uns nochmal. Gut. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.